Männern redet man heute ja gerne mal ein, sie sollen zurückhaltend, endlos tolerant und verständnisvoll gegenüber Frauen sein, sie sollen eben ihre feminine Seite zeigen und genau das sei dann der Plan, um für Frauen interessant zu werden. Und dass Frauen dir gegenüber diese Phrasen repetieren, ist natürlich klar, wenn man ein bisschen die defensive Natur der Frauen kennt. Problematisch oder besser gesagt zum Nachteil wird es dann aber, wenn Männer das auch noch glauben und sich entsprechend verhalten. Wenn du dich so passiv verhältst, dann geht nämlich selbstverständlich die Polarität verloren und damit auch die Anziehung. Das geht ja schon beim Ansprechen los, also wenn du dort zurückhaltend bist und der Frau viel zu viel zustimmst, dann wirkst du eben zu sehr auf einer Ebene mit ihr und die notwendige Reibung fehlt. Frauen können das absolut nicht gebrauchen. Auch wenn sie dir sagen, dass sie liebe, nette und brave Männer bevorzugen, aber das ist eben genau der Test, dem sie dich permanent unterziehen. In der Praxis bevorzugen Frauen streitbare Männer, also kontroverse, die eben nicht jedem und allem, was sie vorgesetzt bekommen, zustimmen. Was Frauen nun mal suggeriert, dass dieser Mann erobern kann und wenn er erobern kann, ist er konkurrenzfähig und wenn er konkurrenzfähig ist, kann er auch verteidigen. Was ja dann wiederum eine zwingende Bedingung für eine eventuelle Beziehung und auch gesunden Nachwuchs ist. Ja und das ist nicht nur beim Ansprechen und bei der täglichen Interaktion mit Frauen relevant, sondern auch wenn es darum geht, Frauen Lust zu machen und in Fahrt zu bringen. Ohne Polarität geht es einfach nicht. Und gerade im Bettchen, da bevorzugen die meisten, nicht alle, aber immer noch die allermeisten Frauen, archetypische Qualitäten, zu denen ja ganz klar Besitzansprüche des Mannes gehören. Du nimmst sie, heißt es so schön und das ist sicherlich sehr viel mehr als eine bloße Floskel hier.